Hallo! Beim Favicon handelt es sich um ein kleines Symbol, welches der Stärkung deiner Marke und der Wiedererkennbarkeit deiner Webseite dient. Es wird unter anderem in der Lesezeichen- bzw. Favoritenliste und neben dem Seitentitel im Browser-Tab angezeigt. Beim Favicon handelt es sich meist um eine vereinfachte Form eines Firmenlogos. Es hat zwar keinen direkten Einfluss auf die Suchmaschinenoptimierung, verbessert aber die Benutzerfreundlichkeit. Zum Beispiel für Nutzer, die mehrere Webseiten gleichzeitig geöffnet haben, bieten Favicons eine Orientierungshilfe, um zwischen den Webseiten zu wechseln. Logge dich dazu zunächst wie gewohnt in dein WordPress-Konto ein, um zu dem hier gezeigten Dashboard zu gelangen. Klicke im linken Menü auf Design und dann auf Customizer. Gehe als nächstes hier im Menü auf Website-Informationen. Über den Button Website-Icon auswählen kannst du nun in deiner Mediathek dein Favicon auswählen oder ein passendes Bild hochladen. Bei Bedarf kannst du dein gewünschtes Bild auch zuschneiden, damit es besser in das verfügbare Format passt. Klicke dann auf Auswählen und abschließend noch auf Veröffentlichen, um die Änderungen zu speichern. Super gemacht! Du kannst nun mit der nächsten Aufgabe weitermachen. Wenn du mehr über Online-Marketing erfahren möchtest, besuche rankingcoach.com und entdeckst, wie du mit uns die Online-Präsenz deines Unternehmens verbessern kannst. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020